Guck mal, diese Menschen... Leute. Einfach nicht mehr. Die ist exklusiv für Menschen, die alle Champions besitzen. Ja. Und oder ein Gehirn haben, ja. So was sollte als Tipp dastehen in dem Ladebildschirm, ja? Ja. Das sollte einfach hier. Wenn du ein Champion hast, dann Pre-Pick nicht für andere. Also so ein Tipp. Ehre. El-Fi-A-Ki-Tor. Ja, es ist ein gebotteter. Ja, es ist ein gebotteter. Ja. 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 Ja, ich finde interessant. Ich pick Katharina und die sind nicht mad, weil... die sind nicht mad, sondern die fragen immer, ob du in die Mitte gehen willst, ne? Ja. Also es ist schon mal ein Improvement im Vergleich zu Silber, ne? Ja. 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 Varus, ich darf nicht wieder denselben Fehler machen wie letztes Mal, aber es ist keine Luchs. Aber warum, naja, egal. Hä? Nein, ich bin auf meinen Geh unterwegs. Nein, Gag. Wie Gag hast du? Oh ja, guten Tag. Oh ja, sind sie schon da? Ja. Weird. Ja, Happy fucking Birthday! Happy Birthday to you! What the fuck war dieser Hook? Wäre geil, wenn er jetzt rübergegangen wäre mit seinem Cue. Ne? Und die dann alle hinterher geflasht hätten. Alle fünf Gegner. Das wäre witzig gewesen. Das Auge! Seht euch! Psch! Was ist ein het? Geil muss ja. Popcorn. Pein Ringer hat das Popcorn-Hausgerust. Kommt's echt da langloben? Ja, Ponez. grande kochon ist muy grande ja das ist ein auto oder was er wollte ein auto geben obwohl er sein nicht hat ja wir wollen ja ja haben wir nicht mehr haben wir verloren weil diese erste will herzlichen glückwunsch hat sich gelohnt ja gut der war auch ist immer noch offen ja das wird auch lebe 2 wir haben ruhigen sie sich thrash sie sterben noch früh genug oh mein gott kein boner plating mehr er hat kein boner plating mehr äh wie hat er getroffen die animation hat einfach schon aufgehört er steckt ihn mir trotzdem noch rein ok ok oh nein hier warnt ihr auf mir jesus christ jesus christ jesus christ er tölt hast du bock alter der steht legit hier autotechnisch und er tölt greift er sich an er hat ihn noch nicht mal anvisiert oder du bist du ein kleiner rot arg unwohl Ich hör schon kein Bumpel, die... Komm doch mal hier in den Tower ran. Guck mal hin. Komm mal hier rein. Uuuuh. Der gehört durch den Tower durch. Da dachte ich dodsch, aber... Das Haus ist schon echt ein Neugier, Alter. Bisschen die Tech-Speed raus. Ja, okay, Minion-Block des Jahrzehnts einfach. Ja, Level 4 und dann den... Level Portet gerade gegen. Ist kein Q-Ready. Dann den Wachhaus rein. Mein Freund. Oh, wie nah der da meine Tür dran laufen darf, um mich auch zu checken darf. Okay. Er hat noch 3 Millionen. Trotz der Trash. Also Poke ist da. Wir sind alles Keks-Menschen immer überall. Keks-Menschen, Keks-Menschen. Ja, wow, ihr Affen. Und jetzt? Oh, wollen sie nicht noch? Bingo. Kekker esse. Oh, scheiße. Kommt mit der Flexen auch noch. Oh, was auf einmal nix mehr macht. Hm. Oh, die steht in der Tür. Oh. 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 Guck mal, wie der plötzlich pushen kann, der Boy. Guck mal, wie die beiden komplett eskannen. Ja, 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 ja. Standard. Vollspieler halt. Ach, ja. Ja, ich mein, wir haben halt wieder so ein Jungler, der nix machen kann early, ne? Wir haben einen fucking Rengar. Ah, der hat dann ja gesetzt. Goodbye. Ich muss mal fragen, was das heute gerade, ne? Ja. Okay. Wie gesagt, ich weiss nicht, 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 ich weiss nicht. Hm? Das ist auch noch Exhaust, das ist ja raus. Ja, ich geh komplett hinten einfach in mein Dirt, ich rechne einfach nicht mit sowas. Oh, die haben keine Exhaust, die gehen raus. Gatterboard Trollpick? Lol, da werden die gleich abgerannt hier und so, wie die, so wie die schon spielen, ne? Ja. Okay. Ja, da oben unser Jungler. Hm? Wir können dir noch helfen. Das ist leider der Gegner mit Lenner. Ja, der Odyr. Ich bin eh tot. Ja, wo ist der unser mit Lenner? Da kommt Echo. Ja. Hey, wo ist Echo? Ja. Ja. Ja, was für respawning, du? Ja, Zoe 4-1, ne? Ja. Die hat jeden einzelnen Kill gekriegt. Stell' mal vor, man moved, Echo. Ja. Ja, bevor man hilft, einfach mal, ne? Ja. Ja. Der Varus war gar nicht dabei erst. Ja. Ja. Ja, das ist mal vorn. genervt. Ja, ich bin bedenkt, ja. Ja, der meine Mitländer, der mitländer, ne? Die Zoe moved, bevor Echo moved. er war gerade so schön in deinem face da bin ich auf jeden fall hingegangen ist gerade einfach in dein face gelaufen jetzt geht er leider weg selbst wenn der jetzt resettet sind wir einfach in dem drin ich stehe jetzt 21 keine ahnung was für eine aktion war ich hätte da nicht ich hätte einfach ignorieren sollen ja ich wollte ganz einfach zwei auf den drauf so gut ist der echo nicht ich meine ich weiß ich vor was der angst hat der echo ich glaube der hatte vor der vision von der dingens angst von der krabbe davor hat er der angst dadurch kommt er den kann der mensch noch jetzt hast du es kann man den platz auch ins ich komme eigentlich an den baus jetzt ran wir können auch den schluss explodieren bringen was tut er denn da unten warum bist du hier verpiss dich man mein fucking double kill holy shit ich weiß nicht was der ringer hier vor hat er klaut uns die ganzen der kauf uns alle ressourcen ich verstehe nicht warum wieviel der mensch macht länger bitte am türen ja habe ich jetzt nicht verstanden ist hier los alles klar für bord alter wir haben gerade först gekriegt und dann geht er da rein soll man noch den wauer platzen oder was soll man tun was ist los was ist los wir müssen nicht dabei all sleep junge wir haben gerade einen first tilt gekriegt nimm doch den win hin und dann lasst es mal bleiben weiter ja doch war ich nicht drauf und dann ist ja ich habe mich geguckt ich wollte halt wie es hat ich habe 2000 gold ich werde lieber risa entgegangen ja alles gut ja ich glaube der wauer ist der bessere target wenn er dafür für die auto der ist halt autotech war aus ne hat kein flash mehr der wau ich weiß nicht der uli steht 42 ne also dieser trick schon wieder alter man kann die den hals genug vollkriegen hat gerade auf der botlein alle plating und so weg genommen ja als fucking jungler die platings war echt also what the fuck war mir drehen gar nicht richtig da ja verstehe ich auch nicht habe ich nicht verstanden aber er hat den wohnerschen gestellt er hat den hier er hat den hier reingestellt ja oh leuchte wir haben einfach wieder mal viel zu viel geld ja da kann ich ja leider nicht mehr helfen ich meine echo läuft jetzt dahin ja der echo ist tot ja die haben hier überall pinkboards ja selbst in unserem jungle auch ne ja ja ich weiß nicht warum der echo da reingeht ist nicht so sinn ergeben ne ach so der ist immer noch hier ok der tower darf der mich jetzt raus ja ist halt du dir ach so ja ja ich liebe turds alter die machen gar kein damage an dem der ist einfach der läuft mich einfach runter im turd rein ohne Minions ohne alles mit def alter ja ok ok ff i guess keine ahnung nur du im gegner team können wir wieder ja keine ahnung das war wieder total stupid da rein zu gehen i don't know ich hätte resetten können ich hätte mein night harvester gehabt und dann hätten wir die einfach auseinander gefickt da unten und wenn wir den das problem ist dass wir jetzt wieder kein töd haben wir können die nicht mehr abfahren weil die nie wieder bot lane werden die kommen nie wieder bot lane weil die kein töd haben den töd dazu nehmen war absolut stupid vom ringer eigentlich eigentlich ist das der dümmste was du machen kannst uns die lane wegnehmen bevor wir strong sind ich bin halt super weak ich bin nutzlos ich bin nur zu laufen scheiße jetzt die können mich alle runter rennen jeder gegner von denen jeder gegner kennt mich der beste ist dass ich mich nicht daran erinnern kann dass wir gefragt haben nach dem gang oder so kann ich mich nicht daran erinnern und der ringer sittet hier 24 7 auf der bot lane rum nimmt uns jede einzelne ressource die es in diesem game gibt noch weg ja der baus ist und das schon jetzt sind cool cool kreppel da oben da ist der wahren mein gott alter es wäre so easy gewesen jetzt haben wir kein töd mehr jetzt können wir wir können wir sind komplett nutzlos ist das geil klaus jam tenko deadman's plate ja ja alles klar alter what ok einfach noch mal exhaust rein ja ja das war aber er hat ein exhaust aufgesammelt ich bin hinter den ihren also ich weiß ich bin dann aber keiner ist leider eine Der Zowie und ein Ding ist. Okay, der hat einfach kurz den Baros gewonnen, Schattet. Ja. Oh mein Gott, was bin ich sehend. Ja, nee, 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 nee. Alter, wie lange dauert Leben nachladen ohne Hunger, Arzt. Ja, cool. Okay, der war auch sehr verrontert jetzt. Nee, ist er nicht. Fangen mal, Drake an. Ja. Piu. Sweaty. Tja, schon trollpickst du. Warum fuchtest der Drake mich, wenn du in dem drin stehst? Ja, ich hab Bock. Hä, was für du, der Ringer ist auch ein bisschen, kein Wiener, ne? Du musst das nicht tun, was du da getan hast. Ja. Ja. Du kannst auch warten, bis ich in meine R drücke, aber... Ja. Mach's halt nett, ne? Du siehst halt den Gegner und dann wird R gedrückt. Ja. Cool. Nächster Panther on stream. Ja. Deine Ulti war auch juicy. Mhm. Man sieht einfach, man weiß, er war davor. Okay, der Fight ist jetzt gewonnen, ne? Man sieht es einfach, ne? Okay, Echo wird da verwaltigt. Ja. Wir sind einfach zwei Pinks. Ja. Richtig Geld hier. Gut. Ich hab Neschos fertig, deswegen die Tür kriegen wir auf jeden Fall weg. Wir gucken auf hier was im Jungle ab ist für uns. Oh, guck mal hier. Oh, der kommt an wie eine Rakete. Der kommt richtig hart an hier. Ja. Jetzt ist er tot. Ich bin gewabbeld, ich bin gewabbeld, ich bin gewabbeld. Ich bin davor. Oh, ich hab mich gehorstet. Ich komm nicht ran an den... Oh, das geht nicht mehr. Aber dein Team ist da. Ja. Nice. Und ich bin raus. Ja, nice. Bubbel, bubbel, bubbel. Ja, die über 20 Kilometer von halfway der Map weg, so, werd ich gebabbelt. Okay. Dann kommt noch die Kuh hinterher. Ja. Ja, und Ult verdrabe. Alles. Ja, ja, aber Ult und den Pfeil hab ich dann geauerglas, deswegen hab ich überlebt. Ja. Ja, moin. Okay. Ich guess. Was passiert hier schon wieder alt? Ja, richtig. Ich dachte, Robin wollte Salz. Das ist kein Salz, Robin. Ja. Doch, das Early war gut, Salzy. Ja, der nimmt uns nur jede Ressource weg, aber der steht wenigstens 13,8. Ja, und er kann anscheinend einen 5-Plating-Power. Innerhalb von einer Millisekunde legen, ja. Das war interessant. Ich weiß nicht, ich hab keine Ahnung. Ja. Wie ist das, ja. Ist das normal? Ab zu Maxim, Alter. Ja. Ja, hab ich dir auch gesagt. Das rallicht irgendwie. Ich kenn keinen Champion. Nicht mal Tristana oder so mal der Bombe. Es geht nicht. Ne. Mach der hier seine Crux? Oh. ich mache ein paar Autotaxi auf die Warts. Wir nehmen das Bein. Äh, Udo ist hier oben. Ja. Ja, komm. Lass mich in Ruhe. Ey, guck, du bist da rein. Du siehst dich da. Wie ich mich da sehe. Oh, wie ich da sehe. Oh, wie ich da sehe. Oh, wie ich da sehe. Zoe einfach bewegt sich kein Meter. Wo kommt der Flame? Warum kann Leon ja so lange nicht gehen? Kannst du das doch schreiben. Zoe einfach bewegt sich kein Meter. Geile Aktion. Okay, deine Mission jetzt. Sterben? Ja, der Rangler hat unten viel gemacht. Das stimmt. Aber Carried werden sieht anders aus. Also durchgekehrt werden sie aber trotzdem anders aus, in meinen Augen. Warzone? Sven spielt Warzone. Er spielt jedes Game, nur liegt nicht. Also der meint immer, der will liegt zocken, aber dann spielt er jedes andere Game. Aber kein liegt. Weißt du doch, liegt alleine macht halt keinen Spaß mehr. Ja. 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 Ich gebe auch noch mein Senf dazu. Ja, ich habe einen Dopp-Person hier. Oh. 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 Oh Gott, werden wir reingepuscht. Eine Lulu im Gegner-Team. Von dem F. Einfach genauso wie mit Katharina und Leona Erdrücken. Yo, hier wird einfach alles gepickt. Ein bisschen Nautilus. Okay. Jetzt Lulu Twitch in unser Face, oder? In der Mitte. In der Mitte. Wie kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Tööö. Bambuselt. Kassio Botland. Kassio Lulu, aha. Kassio Lulu, Kassio Akali, Kassio Wovic, I don't know. Kassio Lulu ist das Botland. Okay. 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 Kassio äle. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja und gewinnen da kam es ich bin wieder durch das minion sagt nein das eine fang ist nach vorne gerade alle anderen sind hinstehen geblieben das eine so ich muss diese lücke dazwischen dem jahr ausgleichen ja man und ich will auch schmeckt es kassio ich fress mich alles noch weg, soll ich da rein nennen? ne 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 zieht die durch? ja die sind alle beide weg hm hm okay nun ist noch da was ausfischen oh mein gott die hat noch babel die hat die lula hat noch ein schild drauf gekriegt in der letzten sekunde ja ja da hat ich so aus leider na du hast noch hier ja wir hätten eigentlich einfach durchweigen können ja das ist ich wollte raus raus hätte ich rausgemusst weil wir hätten einfach locker gewonnen den fein halt ihre tot denn wer ist hier ja nur hat die kill gekriegt ja die musst du mir sagen du musst kommunizieren Robin ja aber was portet die sich da in unsere Minionwave rein und Exhaust in der Fresse dann macht die halt auch nix ne die haben ja auch keine Exhaust die haben nur Heal noch gehabt als Bell halt ja ich hab halt gedacht ich bin nicht verhalten die haben Items jetzt weil die kommt halt mit Items weg deswegen wollte ich nicht verhalten war der einzige Grund wenn du sagst dann musst du mir sagen dass du rein willst dann geh ich da hemmen aber ich bin halt rausgeflasht weil ich mir dachte alles klar ich muss da weg ja daraus ist einfach zwei Level unter dem Voli nachdem er den auf der Toplane abgeratzt hat äh ja 23 Minions verstehe ich nicht so ganz wie hart hat der denn sein Backport mistimed ja das war jetzt einfach auch schon jetzt haben sie Items ich baue Sunfire Cape ne gegen zwei A-Piller? drei A-Piller? Sun-A-Sunfire gibt Rüstung und Magic Resist achso ich dachte da geben wir mal Rüstung ne 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 es gibt beides ja ich brauch kein Support mit dem Team hier das lohnt sich ja schein ok ok wir haben legit nur A-Feder mit ja ok wir haben legit nur A-Feder mit dann müssen wir schlafen ja Voli-Bay macht er auch Magic damage am Ende ja ja Bovic auch Tja Kali ist richtig geil drauf der ramos ist komplett dumm in der birne ja wir haben mal wieder so ein top laner halten kann das wird wohl nichts 300 gold hinterher mit ihren ihren links item ich darf so kein gold ja das lässt aber nicht der feite die ganze zeit ich würde sagen ja hier meine keyword kein bock weiter zu springen und wir schaffen die kassio mit lullo ult auf ihr keine ahnung kein sunlight vorweg ist top ja ja habe ich gerade auch gerade gesehen ja ich glaube du hebst dir dann meistlich mana noch für die ult auf aber einfach erdrücken wenn ich einmal weil die sind eh hart habe ich ja versucht aber geht ja nicht wenn ich kann man ab ich hatte ja gar kein sohn keine lane hat gewonnen ich 50 cc 53 cc ist unserem solo laner ein duobot btw na pushen die kommt nie wieder mit teleport an die vor ein ja ich ja ok wieder wieder resetten wie bin ich gestern ich gucke in eine richtung ich habe in die andere richtung geguckt ich habe in die andere richtung geguckt wie bin ich gestern ich verstehe nicht wie ich es nicht ich verstehe wir nicht du hast die bekommen ja jetzt mein sand war ja schon mal teleport von der fort ist ein bisschen scheiße mädchen die kaste kann so runter kommen die tausend mit der wahl läuft die leute durch unseren jungen weil der unseren jungen in der feld jetzt ausgelaufen weil unseren jungen In seinem Jungle hinter zwei Trills abgeworzt. Ich werde gelivet. Ja, ich muss halt weggehen, geht ja nicht anders. Ja, Lulu tankt jetzt zuerst und dann... Nice. Ja, wie immer, Mental Breakdown halt die Gegner. Es kommt jetzt nicht wahr, dass die gerade eben einfach verreckt sind, die Bastarde. Jedes Mal ist es so. Die haben dann komplette Störungen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Passion, wenn die Half-Life ist, packe. Ja. 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 Ja, es war klar. Die ist komplett durch. Konntest du das jetzt nicht akzeptieren? Dass du da gerade eben verreckt bist. Den Fein. Ja, gut. Wir nehmen Gold an. Was für... Alter. Jure. Ja. Ja, ja. Wir wissen, wie delusional sie sind, ne? Ja. Das ist kein Dash. Das ist kein Dash. Ja, wie gesagt. Komplett, komplett unter... Ja. Ja, Kassio ist okay. Ja, gut. Sobald ich weiß, die Kassio ist... Hat die denn ins Gehirn geschwissen? Geht's gut, Lulu? Geht's gut? Alles wird gut, Lulu. Alles wird gut. Wieart kommt die Midland und der Jungle jetzt zu uns, ne? Probably, ja. Ja, ich geh schon mal back, ne? Gucken wir nochmal an Mercos, und dann bin ich wieder da. Kassio, Alter. Ja, genau. Alle zwei Millisekunden gehst du back, what the fuck? Hex. Hex. Der reportet dich jetzt am Ende so. Ja, natürlich. Der Cheater. Hört so'n Scheiß auf den Tower, der in der Erste, weißt du? Das ist halt so. Ich hab schon wieder'n Ramos in dem Game, der nicht tauntet, Alter. Jesus Christ. Was gräbelt ihr zu dritt auf der Topline rum? Und macht dann... Ja, Leute, wundert euch nicht, wenn dann der Tower weg ist. Wollt ihr einfach beiden? Ich hab' ich sorgt für die Kassio, ne? Ja, die sind in unserem Jungle. Ja, also ich mein' hier Farmen hier unten. Wir haben alle Freizeit hier, also... Ich bin hier Kali, hier kommt hab' ich hier gar nichts. Genau. Dann steh' ich 1,6. Na, Kassio? Geht gut? Geht gut, Casual? Ja. Na, Lulu? Haben wir besorgen? Sind wir ein bisschen geslothed? Das ist doch scheiße, Mann. Das ist doch alles Aids, Mann. Oh Gott, Alter. Wofür spiel' ich überhaupt mit, Alter? Ich kann direkt auf K gehen, Alter. Ich bin fucking Support MF. Mh. Die Kassio, Alter. Guter Pick. Guter Pick, ey. Get CC-Chained, Mann. Na einfach R drüber und tot. Geht gut. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, oh, oh. Oh. ich sterbe mit einer g ich habe die old gedacht die fläche hat einfach meine fresse jetzt hast die katze kann vielleicht mehr die fläche meine fresse holtet und misst ihre old aber macht mich halt mit drei ist die macht die ich bin tot ich kann nichts machen ich darf nicht mitspielen ja das ist die größte bieten rolle die es gibt die champions sind einfach scheiße du siehst es doch die champions sind einfach kacke was soll ich machen dagegen ich kann ich gar nichts dagegen machen nutzt du diese haufen rolle und dann habe ich auch noch kein gold dazu ich habe nichts die motiviert wohl lieber Jetzt geht aber der Info los, oder? Ja, das ist ein bisschen Internet hier, okay, ja. Keine Volt, keine Volt, keine Volt. Jetzt hab ich Volt. Ey, outskilled! Ja, R gedrückt. Ehre. Diese Bastardenkinder. Ja, Junge, wie die da einfach alle stehen, ne? Alle Lorbeer und ich denkst du echt zur Ordnung. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, ey. Ja. Ihre. Ja, Darius. Hier gibt einfach mal Double Buff an Cassio ab. Einfach so. Junge. Classic, Classic Toplayner. Ja. 7-7, wir gewinnen jeden Teamfighter. Die können den Teamfighter nicht verlieren, wenn wir die Cassio nicht fressen. Wieso geistig bin, hat er voll morons. Gibt's denn mit Magic, ist das welch mal ein Can-Hex-Tinker, wa? Die sind Full Magic, die Gegner angenommen. Ja klar, Warwick ist halt der einzige Adela. Ja. Ja, der Volleybear, der geht jetzt schön auf Hourglass. Haha. Ja, der ist wieder mal Mage Volley. Man kennt das Itembild. Blattweird. Ja, der ist gerade auch, ich weiß auf welchem Trip der war in der Mitte, aber... Da stand zwei Minions genau ineinander. Fließt sie jetzt? Ja, wie offensichtlich wollt ihr den Bett machen, Leute. Ist klar. Der Charged setzt sich auf den 1-HP-Tower drauf, oder was? Oh, wie ist Luis? Ich will den nicht ulten, ne? Ja, der hat weggeult. Ja, der weggeult. Das ist gut. Sein ultshaus. Mein ults. Definitiv Teamvold. Topline ist halt solo unterwegs und geht hinten. Ne, der halt so schnell hin. Läuft der schneller, wenn der keine Dienst hat? Topline dead. Aaron gone. Was ist das Half-Life wegen Baron? Gute Aktion, gute Aktion auf jeden Fall. Warum denn? Auf hier rum zu rollen, alter. Volibear hat 1-HP. Volibear, der geht nicht resetten, der Volibear. Cool. Danke für den Akavestack. Ja. Okay, du wolltest mir auch noch einen geben, Alter. Drake ist ab, ne? Ja. Wenn wir einen schönen Front-to-Back-Fight, ja. Kriegen kriegen. Ich meine, der Volibear geht jetzt erst mal resetten. Mal zwei Worts hier. Ja, ich hätte es auch gesagt, einfach Drake abhaben. Ja. Ähm. Okay, der ist einfach tot, oder was? Ups. Zu spät. Ja, leider habe ich hier in Volibear. Der hat sich deft und da was macht, weil die haben alle reingeintet wieder mal. Dieser Warwick-Kill war absolut gebetatet. Ja. 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 Ist klar. Der kriegt den Schild in seinem Hourglass. Mhm. 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 Das ist wie mit Swain. Zwain hielt er auch im Augenlas. Ja. Weil die Fähigkeit durchgehend durchkommt. Aber, aber das ist ja ein Proc auf ihn. Das ist, äh, das ist keine Ahnung. Aber man sollte meinen, der ist an targetable, ne? Ja. Ja. Ja, round front to back. Teamfight und nicht diese Scheiße da im Jungle. Klar, dann krebeln die uns da einfach auseinander. Nice one, Darius. Nice one. Nice one. Ich hab die Cassio. Junge, Darius, nimm dir das Leben, Alter. Was ist mit ihm? Ja, der sollte weniger Crack rauchen, glaub ich. Ja, der sollte weniger Crack rauchen, glaub ich. Ja, so. Also, wir haben die alle gegen Ramos gehört. Komplett durch die Gegner. Kommt ne Akali von hinten. Ja. Hat sein Camp Tank angemacht. Junge, was glaubt ihr, was hier passiert? Ich glaube, ob der Knie war jetzt, ne? Also, ich kaufe jetzt nicht den Mord fertig, oder? Äh, du kannst es auch fertig bauen, im Prinzip. Jetzt nicht Knie war es besser? Ja, war schon. Ich mein, wenn nämlich einer von denen erwischt, mich wahrscheinlich eh tut, ne? Der Volleyball ist ja komplett am trollen. Aber wo ist unser Team, ne? Ja. 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 Ja, der Darius, der Botland Freaks, die Dürft zu verlieren. Wir carry nur komplett, aber sonst ist okay. Okay. Du kleiner Bastard. Sonst ist okay. Du willst noch ein bisschen mehr den Tower tanken, du Agit-Mann. Danke, Gwen. Danke. Warum gehst du nicht einfach in den Tower? Ja, unsere Gwen kann nicht spielen. Ja. Ich hab ihn daraus übrigens gerade in Anus gerettet. Okay, nicht back. Und ich kommt die Akali jetzt und klebt sich da weg. Nur weil ich Botland laufe, geht die nicht back, ne? Die hat Backport gemacht und als sie gesehen hat, dass ich Botland gelaufen bin, hat die Akku. Ich hab ihn gerade in Asch gerettet, wir haben die Akku auch gesehen in unserem Jungle. Ja. Ja, der ist einfach tot. Ja. Geht der Engage da nochmal. Und tot. Ja, mit dir können wir niemals irgendwas contesten, du fucking Idiot, Alter. Ich hab dich gerade spielen sehen. Du bist einfach dumm wie Scheiße. Du sollst Baron sein, oder? Ja, er ist Baron. Alles wird gut Akali. 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 Ja, gut. Na gut, da ne R rein, oder? Ne. Und ich wenig, wenn die weghaltet von uns. Ja. Wo red' ich den? Ja, wo red' ich denn? Ja, wo weiß ich auch nicht. Ich versuch' den mitzunehmen da oben. Alles klar. Ja. Ja. Ja, jetzt taute doch bitte mal die Akali. Ja. Ich versuch' den mitzunehmen nach oben. Ja, war ich. Du kriegst meine Werft nicht, Mann. Alter. Wir kriegen die einfach nicht tot. Das kann nicht wahr sein, Junge. Das kann nicht wahr sein, Alter. Die Volt gemisst. Ja, aber das hilft leider nicht, weil der andere... Oh nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann ich so. Ja. Na, die Hände ist halt ihre Old. Also die Stunt mich nicht. Und die 2 Hits. Die Akali ist halt komplett gehintet. Ja. Ist halt, ja. 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 Die Gwen ist auch mega intelligent, wie man sieht. Ja, die kann absolut nicht spielen, weiß ich. Ja, ja, ja. Und meine Gwen, deren Gwen, Alter. Jedes verfickte Game, diese Scheiße, Alter. Hört auf, die Champions zu picken, nur weil die Open sind, Mann. Ja, die geht komplett steil hier. Ja. Ja. Ich kann die auch nicht holen. Die ist, hat so viel Movement Speed, die rennt einfach weg. Ich weiß, ich hab's gesehen, ich hab's versucht, die ganze Zeit zu kriegen, Alter. Aber, kannst halt nix tun. Nice. Ja, Ramos, willst du noch ein bisschen weiter hinterher rollen? Ich frag mich, wer da rankommt. Ach, niemand? Ach, krass. Ach, sie sind jetzt tot? Ja. Das ist ja insane. Ja, und Plipp weg. Und als solche Helden, wie da alle hier, ne? Alle kennen nur Rechtsklick rein. Ja. Da hört's bei denen dann auf. Ja, Akaliaten Majas. Und ich hab die ja gerade getötet, du Hunde-Kind, Alter. Dann brauchst du noch mehr Amor-Pennen. Amor-Pennen? Du weißt, jetzt, äh, was war das? Also, ja, 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 ja. Ratsch wohl ich dann, ne? Ja. Neun Sekunden hab ich wiederholt. Neun Sekunden hab ich wiederholt. Ja. Neun Sekunden hab ich wiederholt. Ja. Ja. Ja, die Cassio ist, Cassio ist wrong. Die hat auch Watched-Stuff ready, also die... Das müssen wir schon mal kaufen. Ja. Oh, jetzt trotzdem den ganzen... Träumerei. Ja, die Akali muss halt... Ja. Die sind sieben jetzt umgelegt werden. Also, an einer Old von mir stirbt die, by the way, nicht. Erstmal hat die Hourglass und zweitens reicht der Damage nicht für die. Ja. 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 Ich denk hier, fuck. Ich hab drei KW. Oh. Okay. Hier drückt einfach nicht Hourglass. Ja. Das wollen wir uns unser Team hinter dir drüben gerade. So. Ich denk den Tötchen. Ja, die gehen gerade hinten. Die gehen einfach hinten. Ja. Die gehen einfach hinten. Ich bin auf jeden Fall in Cassiopeia Land. Ne, Ramos. Das macht der jetzt nicht wirklich. die gegner geklappt ja ja die hat keine augen das oder hat entweder nicht nicht gedrückt stand immer und auch bald voller hat ja ich aber wieder mal richtig krasser late game games hier 100 100 gold bin ich weg von der finchen laufen ja oder wie viel maximale massen 23 dominiks hätte ich gesagt gegen die gegner auf die ihn alle nämlich übelst habe ich würde lieber dominiks ja ich dachte wegen kritz oder der slow ist auch nicht schlecht auf die hk ich weiß nicht so schön nach sekunden auf der top man kennt das man kennt ja immer denn jedes game ist ein solo ich bin leider ich war leider geführt deswegen konnte ich nicht von der abhalten ja ja wenn er das ist ja da wir sind können unsere solo länder bei der 3 13 2014 ja ich war leider geführt deswegen konnte ich mich nicht zwischen dich an die worte stellen ja ja der war ich kippt mich mit einer und er macht übrigens auch mehr magic der mensch als physiker machen alle magic damage unser ramos hat von mail gegen full ap gegner das kriegen die erst mal ein elder drag und dann machen die bauern danach was daraus willst du das game verlassen wenn ich hier einmal auch durchrödel oder was besser gewesen von anfang an gemacht hat das 13 wenn wir wissen ja unsere quenna zwei items mit der 36 minu zwei items ja der letzte feld wird hier stattfinden oder nicht wir können nur froh sein wenn die noch bei einer kostet die das zeit für den elder drag der ist dann zum drittel ausgelaufen danke darius ne wie immer ja einer geht halt mental mental breakdown einfach ja unser early game war scheiße und jetzt jetzt bin ich 14 8 und mein auto ist es 44 17 absoluter frühen aber danke daraus fürs wegenden und wenn gesagt ich versuche die welt zu aber dein old ist halt das einzige was die tötet also dann kann man nicht gewinnen wegen den lehner den anderen ja da ist einfach komplett mental breakdown und kompletter make mental breakdown ja und hat mich mit gespielt und ramos war halt gegen den volapitim der beste pick eo west ja ja also wie immer ja ich habe maus damage im gesamten spiel gemacht ja du fragst dich mal warum weil wir fast verloren hätte wenn alter toller champ frisch useful anscheinend keine ahnung gegnerquenz gehen 20 0 und rasieren mit dem one shop das ganze team alleine weg mein nekwender zwei items in der nächsten 30 minuten ich als support habe 5000 mal mehr ja gut aber die baut auch abgedeckt ich hab komplett die falsch erweitert kannst ja meinen stream auschecken dann siehst du dass ich nicht dass ich keine glatze habe hier guck ganz viele haare ganz viel dichtes haare mein freund der der meint ich bin der meint ich hab ne glatze der da ist ist das eine beleidigung i don't know ja der wollte halt nicht gewandt werden ich hab den jetzt auch gar nicht reportet schade dann fübeln am ende wenn solo laner 1 die sich einfach mal zurückhalten könnten das ist das typische push jetzt hier oben alleine weiter geil drei gegner rennen hoch und denken sich geil grönung 50 sekunden tot da ist ja noch gehindert aber ja ich habe mich auch anschauen bis halt von tanks gewonnen ist es also aber laut dominiks war echt braun glaube ich gegen die jener laut text gut damage gemacht am ende das kann auch mal von denen ne Und dann Und dann Und dann Einfach ignorieren Ja guck dir unser Team an Guck mal Lolo Gegner Team 100% Soll ich einfach Orn nehmen? Ich weiß nicht, guck dir dieses Team an Soll ich noch ein Assassin hinterherlegen? Keine Ahnung, so? Sieht das gut aus? Kann auch ein Fighter spielen Hilft nix, hilft alles nix Einfach nur komplett lost Mal wieder Was glaubst du denn Das wird gut ist? Das ist scheißegal Entweder die Inten jetzt komplett runter Oder die Carrieren uns 10-0 Es gibt nur die beiden Möglichkeiten wieder Mit dem Team Ja, komm mal Lolo Es war so klar Oh ja Na gut Aber ich verabschiede mich Schon mal Danke für die Games Noch mal heute Ja Spaß gemacht Gute Nacht Gute Nacht Aris schiebt einfach den größten Mental Breakdown Classic Weiß einfach, dass so ein Spieler wird nie irgendwas erreichen Nie Und Akali kommt einfach legendär gefiedelt von der Midland Ja gut Oh, keine Exhausten Brodlin Aber sag ich, also egal Lass uns reinpushen Und dann hoogst du jemanden Und dann ist er gut Das ist mein Gameplan, den ich hier so habe Buba 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 Rumble in the jungle! Da hat der Simon mal wieder einen Trend gesettet. Mhm. Den hat er wirklich gesettet vor allen anderen. Das stimmt, ja. Ich mein, wo der Simon den im Jungle gespielt hat, war der Kacke im Jungle. Aber, er war der Erste. Jo. Und, hier wird geerntet und auf dem Botlane. Mir ist langweilig. Oh. Will der kein Gold? Du hast mir recht, dann krieg ich 15 Gold und nicht 10. Gibt da Ding immer 10, äh, immer 30 Gold oder was? Und teilt ihr dann auf die Spiele auf, die da drin stehen? Oder wie, da hab ich mir das vorstellen? Ich glaub, wenn er alleine richtig ist, gibt's auch nur 15 Gold. wieder einen B-Boop. 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 Ja. 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 Ja, wir wollen gar nicht ausrasten, wir Vollidioten. Das wäre eine blaue Lulu. Ja. Eine, die deutlich mehr geiert. Leute, war das nicht der Sound von der Q, von der W, von dem? Die haben den Busch gewordet. Ja, den haben sie gewordet und den mittleren auch. Oh mein Gott, Mann, die macht keine Busch. Ich kriege halt auch die Fresse, weil ich keine Fähigkeit habe. Ich habe keine W. Level 2 ist immer so eine Sache. Keine W. Ohne W kriege ich keinen Reset. Ich brauche meine Fähigkeiten. Auf diesem Jump. Unglücklicherweise. Aber die Puschen jetzt, oder? Jetzt ist hier unten ja alles raus, ne? Was es so gibt hier, ne? Ja, ich würde ja alles komplett steilig. Ich neid von der Lulu auf jeden. Nice. Ist ein Junger hier, oder was? Der muss ja den Scheiß-Items denken. Ja. Ähm. Ja, 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 ja. Eine Minion hat sich gerade gedacht, Swag. Ich laufe jetzt da in eine Kurve kurz. Ja. Ja. Ich habe es gewesen. Okay, wie hat die Scheiße getroffen? Warum gehen alle Minions auf mich? What the fuck? Wokam. Ja. 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 Nic's ready. Zehn Sekunden. Ja. Ja. Kann sowieso gar nichts machen. Mhm. Nichts mehr? Jupp. Animation fliegt mal weit daneben. Da ist, hast du dieses, war da? Vielleicht raus, ne? Ja, hier passiert mir nichts. Okay. Hast du den denn bitte getroffen? Doch, doch gar nicht, nix strange. Ah, der hat einen Towerangriffen. Der hat einen Towerangriffen. Ich hätte gar nicht reingemusst. Der hat den Tower angegriffen. Okay. Wir haben mit so einem Mistklick rechnet halt keinen Schwanz, ne? Okay. Der Mistklick einfach komplett. Der kommt mal komplett kein Behindert. Ich meine, die Lulu auch. Beide sind komplett scheiße von denen. Jetzt hat er mich leider gekriegt. Der rennt halt, der Flash halt in meinen Töt rein. Gut, hat keinen Flash mehr, ne? Ich hätte einfach rauslaufen können. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Mistklickt, Alter. der hat einfach den Töt angegriffen anstatt mich. Der hat einfach den Töt angegriffen anstatt mich. Ich habe eine Schleifung anstatt mich. Bitte? Ich weiß nicht mehr, was hier abgeht, Alter. Ich versteh's nicht. Er hat einfach so viel Solo-XP gekriegt, dass er Level 7 ist. Ja. Aber Lul ist noch Level 5, dann läuft er auch Level 6 sind jetzt. Ja. Noch der Wave. Nice Q. Ich laufe aber auch ein bisschen weg. Schade, mein Old war nicht in den Reichweite, ich hab leider keine Mana verholt gerade gehabt. War lustiger geworden. Aber ja. Du zwei. Eben. Ja. Ich hab auch gedacht, die Hitze ist früher. Easy game, easy life. Blitzweg ist auch nice. Du hochst hier halt einfach aus 20 Kilometern, wenn die Scheiße sind. Das Problem ist bei Blitzweg, müssen die halt echt scheiße sein. Das ist das einzige Problem, was du hast. Wenn die gegen Blitzweg einigermaßen wissen, was sie tun, dann kannst du nicht. Ja. In den letzten Game, wir hatten so nie Pressure und kommen nie ran. Was ist das? Ich hab einfach 400 Mana und meine ganze Combo kostet legit 300. Ja. Insane. Rocket Belt. Ich geb zwar kein Mana, aber der ist mega lustig. Mach das einfach. staple 6. Jetzt wär das glaub ich problematisch hier unten oder? Hm. Meinst du nicht Knock Up Silence, da in der Zeit kriegen wir die getötet? Schwierig. Da müssen wir den Ding inzutöten, ne? Guck mal halt. Wir haben gar nix so aus, der macht ein High-Damage, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob wir den Tod bekommen dann dadurch, ne? Wenn wir den Gold drauf und den einfach uns fighten und dann platt machen. Das ist klar, Leute. Was, Matt? Oh, shit. Ja, die sind offen hier unten. Oh, die Lulu-HP an. Doll. Was hast du getan? Ich hab die einmal angegriffen. Elektro-Kirut mit rausgekriegt, dann, ja, 1-HP. Wenn die in den Tower rennen, mach ich wie anderen auf die Zone, ne? Ja. Machen sie ne Scheiß auf mich gedauert? Warte kurz den Poker von dem. Oh. Oh krass, hinten die da noch nicht, oder was? Ne, in den Tower rennen sie nicht mehr. Ich hab so ein bisschen was gelernt. Ah, ja, okay. Mhm, okay. Mhm, mhm. 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 Da passiert nicht mehr viel hier unten, ne? Ne, wir machen nix mehr. Mhm. Nicht immer so ein Teil. Ja, nix mehr. Ist die auf jeden Fall low genug, die klatschen bei uns und weg. Ja, sowieso. Wie die Eurogottes. Guck mal nicht ran, ich steh so weit hinten da. Oh. 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 ividades sind vielleicht. Das sind fleisch? Na, jetzt ist es mit dem geschert. Hierht kein Ult. Gekenn wir eigentlich. Ja genau. warum kommt jetzt der mitländer und schreibt mit uns die tüts warum passiert das jetzt mal warum nimmt mir immer jemand ressourcen weg egal wer das mitländer jungler irgendwer nimmt immer die ressourcen weg wir sind nicht einmal und war aber haben wir da kein cc der meiser wird unangenehm ich kann mich vorstellen in welche richtung geht wo eine katharina er schnelle aus weiterlaufen hier ist glaube ich will schon irgendwo jetzt steht keine ahnung man weiß es nicht gut und ich habe nicht zurückhaltend ja ja haben wir bestimmt nicht gesehen leute die ganze an die wand gelaufen okay ich glaube du denkst zu viel drüber nach hier ausmachen und einfach hocken so funktioniert ja 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 okay ja ich kann den alleine man schon jetzt hat einen adc jetzt ne oh 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 ah ja okay soll ich weglaufen das ist der so fett ja adc mitländer unser team ist berufen pick einfach op scheiße und gewinn machen wir auch so wir können das ist das auf Es ist ein Holt-Ready. Oh, okay. Schade, kam für die Q nicht an, sonst wäre die tot gewesen. Rumble, rumbli, rumbli, rumbli. Hat er mehr? Noch nicht, er hat ein Hauerglas. Hubschein? Ja. Sonst wäre es wahrscheinlich eklig geworden, deswegen. Aber gut, 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 gut. Dann lassen wir überall maßen gefielte Katharina. Kali gewinnt auch Dublin. Midland ist tatsächlich im Farm vorne von uns, auch wenn die den Dreckspick da auspackt. Ich kann mir jetzt gerade Lidspinnen leisten, dann kaufe ich es einfach. Oh, ich baue voll AP Blitzkrank. Ja, ja. Schon gesehen. Ja. Ich meine, ich baue den auch voll AP. Ist einfach mega witzig. Ich bin mit Protowelt, aber nicht mit Dingens. Wenn der Dagger fliegt. Laufhühnchen. Mit Länderhaus abschlachten. Immer. In Rumble. Schmerzhafte Mechanics. Schmerzhafte Mechanics. Oh. Er ist halt malz malz. Oh, dann guck mal. Der ganz alleine ist. Sehr weird. Der geht schon gar nicht mehr auf mich mit seiner passiven Hand einfach aufgegeben. Ach Gott, sind die mad. Die müssen so fucking mad sein. Ja, ich hab wieder old ready. Ja, das ist ne Rumble. 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 Oh he ist es zu stuupid. Und. Leute, mein Major ist wohin so ein Idiot. Egal. Alter? Ich kann sagen, ist das dein Ernst, oder? Kennen Sie schon Katharina neben mir? Ja. Ja, da steht die Lulu da an der Wand da und wartet auf irgendwas. Will der jetzt die Tau gehalten, oder was sehe ich das richtig? Süß, wie der Kogmann aufm probiert, ne, also das ist auf jeden Fall süß. Ja, mach doch, mach doch, ich brech dann ab, ich guck ja hier hin, ich guck nicht, ich bin im Shop, keine Sorge, ich guck nie hier im Shop, wenn ich Backport bin. Also, wenn ich im Shop bin, dann habe ich trotzdem die Minimap im Auge. Also, abschlachten? Keine Ahnung. Ja, da steht ein Tower und hat ein Shield, ne? Oh. Geh auf jemanden warten. Kommt hier was? Vielleicht kommt hier ein Malz, Malz. Er hat hier gewordet. Hm. Macht der, der macht grad Golems, oder? Ja, kann sein. Ja, mach doch. Zu langsam. Guck mal, passiv. Nicht getroffen. War er schneller. Okay, sie ist dead. Was? 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 Ich hab den Tower getankt, aus irgendwelchen Gründen hatte, hat sich gedacht, ich gehe auf die kann ja gut ich meine wenn er die flame ist klar dass die report weil es der meiser schnell genug ist mit seinen fingern aber ich glaube nicht ich glaube nicht ich bin des lords des jahrzehnts alter die rennen können ja gut macht den dragoon es geht ab ich habe gedrückt sind smart man kann um und hier wurde gerade Minion-Block hast du das nicht gesehen? Ey, scheiß Kanon Minion läuft einfach nach links, es läuft quer über die Lane. Ja. Na gut, keine Rumpel holt, das ist doch schon mal effektiv. Wenn die ankommen, werden die gebumst. Aber die kommen nicht an. Ja die kommen nicht an, okay. Ah. Existence is pain, I don't know. Kein Wort mehr übrig. Was soll ich jetzt hier machen? Jetzt hier rumlaufen. Mee 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 mee. So ist es. Guten Tag, keiner da. Ah. Die sind alle oben bei der Dingens. Bei der Samira, Samira. Ooi. Ja, Lolo. Du bist noch nicht ernsthaft, dass ich da rittet, in den Busch zu laufen. Laufhühnchen. Lauf. Laufhühnchen. Laufhühnchen. Ey Malz hatte der Top von Dauern. Hey. Viel. Nein doch. Ich habe auch versucht, mit meiner gesamten Kompromisse. So, Malza, glaubst du, kannst mich ulten? Ich weiß gar nicht, ob das nötig ist. Ich glaube, ich kann einfach irgendwann auf Hourglass wechseln. Ich gucke mal, ob der mich ultet, wenn wir irgendwann mal neben dem stehen sollten. Gebt uns nicht die Genugtuung, um den Nexus kaputt zu machen. Ich nehme auch die Elo so. Top End Jungle Troll. Gut. Du hast gegen... Ja. Wir sind hier auf deiner Seite. Wir wissen, dass der geintet hat, aber trotzdem werden wir die nicht reporten dafür. Ist halt scheiße, ungood ist. Der Rumble steht 6-4, ne? Lieber den Rumble in meinem... Ja, ne, wenn der Rumble hier unten ankommt, dann ist der Alpha auch tot. So. Der Rumble ult. Rumble insult, ja, würde ich auch machen, wenn ich dich im Team hätte. What the fuck? Ja, mein Rumble macht 600 damage, also... Ja, ja. Und meine E macht 900, oder was? What the fuck? Und mich. Achso, der ist FK. 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 Und dann musst du auch noch Blitzkrieg sein, um da auch dran zu kommen, ne? Ja. Wessen Schwanz muss ich eigentlich lutschen für ein S-Plus? 17.15. Alter. Most farm in game. Ja. Wo ist dein Pinkwort, ne? Warum hast du kein Pinkwort? Ja, warum habe ich kein Pinkwort? Ja, stimmt, Alter. Pinkworts. Ich muss anfangen, die wieder... Ist das der Rumble? Ja, alles klar. Ach, ich... Scheiß, dauernd auf die. Krass. Klammer übersetzen hier. Ich will übersetzen. Der hat gar nicht mehr auf der Frontsack gehört. Geht mit ihm. Auf dem Scheiße, anstatt my bad zu sagen. Junge, was gibt's? Jo, die haben nicht mehr auf zu reden hier. Oh, Jesus Christ. Anstatt my bad zu sagen, was kommt dann? Du musst die Schuld auf den Jungle schieben. Ja, natürlich. Jesus Christ. Ja, also ich finde, der Rumble hat recht. Ich werde die nicht reporten für den Int, aber der hat recht. Ja, tolle. Lieber an den Toxic Rumble, der 5-0 im Jungle steht, ne? Als ne Botland, die nett ist, aber 0-10 geht. Aber 5-18 steht, ja. Ja, 5-18, ja. Legit. Jo, die flamen mir gegenseitig die Scheiße aus. Der guckt mal, wo der Rumble ist. Glaubst du nicht? Oh, der Rumble hat geliebt. Jesus Christ, es sind alles Ranzacken, ne? Ja, ja. Das ist ein ganzes Ranzacken-Team. Aber normalerweise lieben die sich doch immer gegenseitig. Hätte ich auch gesagt, ne? Anscheinend, wenn die verlieren, nicht. Das ist wie mit Deutschen. Wir wollen auch keine Deutschen, ne? Ja, das ist wie mit Deutschen, genau. Keine Deutschen. Vielleicht wollen Franzosen ja genauso keine eigenen Franzosen im Game haben. Weiß ich nicht. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe am liebsten irgendwelche Chinesen. Die sich die ganze Zeit im Chat unterhalten mit Ja, jetzt ist ja so. Aber dann 20-0 gehen. Da bin ich voll dabei. Ich meine, look at that chat, man. Das ist komplett ausgerastet. Ja, geöffnet. Wenn Franzacken sich flamen. Okay. Jesus Christ. Katerina, we trust. Ja. Geht gerade mal. Ich kann gar nicht da reinlegen sollen. Pfütze. Und du springst nirgends mehr hin. Das Schlimme ist ja, du kannst in die Pfütze reinspringen, aber dann kommst du nicht mehr raus. Und kannst du feiern. Oh oh. Was? I would like to be bot with my girlfriend. Please. Habe ich da irgendwas zwischen euch verpasst? Ja, man kann ja mal fragen. Das hat ein Limiki. Ich dachte schon, du schläfst. Ich habe gerade in meinen Chat reingeschrieben und nicht in den Old Chat. Ach so, weil ich den offen hatte, ja. Ich kann den den mitteln. Ich kann den mitteln. Ich kann den mitteln.